Wir haben uns schon vor knapp zehn Jahren im Rahmen einer Sales Excellence Initiative Gedanken gemacht, wie wir unseren Vertriebsprozess optimieren können. Uns fiel auf, dass die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen unseren Geschäftseinheiten verbessert werden musste. Dass die Angebotserstellung zu lange dauerte und wir nur mit großem manuellen Aufwand unsere Daten analysieren konnten. Oder vereinfacht gesagt, es fehlte ein CRM-System, das als Single Point of Truth unseren Vertrieb bei seinen Aufgaben bestmöglich unterstützen konnte. Die vertrieblichen Prozesse im Automobilzulieferergeschäft sind außerordentlich komplex. Unsere Kunden haben alle unterschiedliche Ansprüche und Themen wie Entwicklung, Kalkulation und Lieferzeiten müssen mit einbezogen werden. Eine Lösung von der Stange kann so etwas nicht abdecken. Unsere Welt verlangt nach schnellen Reaktionen. Es geht um Wechselkurse, Einkaufspreise, Lieferbedingungen, Produktionsstandorte, alternative Produktdesigns und viele andere Dinge. Die Änderung einer Variablen kann große Auswirkungen auf die Kalkulation und auch das Angebot haben. Das gilt auch für die Zeit nach der Angebotserteilung. Ein Großteil der Arbeit des Vertriebs besteht darin, die Änderungen von vertraglich vereinbarten und vom Kunden gewünschten Anpassungen kommerziell nachzuhalten. Wir haben uns sehr viele Softwareanbieter angeschaut und kamen zu dem Ergebnis. Microsoft Dynamics konnte unsere funktionalen Anforderungen und die unseres Konzerns am besten abbilden. Die Frage war nur, mit welcher Beratungsfirma wir das Projekt umsetzen wollen. Dabei stießen wir auf Orbis. In einem gemeinsamen Workshop haben wir die Prozesslandkarte des Automotive One Templates mit unseren Prozessen verglichen. Einer unserer Sales-Mitarbeiter sagte danach, dass wir schon jetzt einen 70-prozentigen Deckungsgrad haben. Wären wir ohne dieses Template gestartet, hätten wir wohl einige Zeit in das grundlegende Design investieren müssen und hätten dadurch nicht nur viel Geld in die Hand nehmen müssen, sondern auch Vertriebsmitarbeiter in geradezu endlos dauernde Workshops stecken müssen. Wenn Sie mich fragen, wie jetzt unsere CRM-Lösung aussieht, dann sage ich sehr überzeugt, dass wir dank der Orbis Automotive One ein mittlerweile industrieweit führendes CRM-System für ThyssenKruppe erarbeitet haben. Unsere Lösungen sind nicht einfach so über Nacht entstanden. Die Lösung wurde gemeinsam mit der Branche für die Branche entwickelt. Wir haben entsprechend der Anforderungen gemeinsam mit Subject Matter Experts unsere Lösungen geschaffen. Also mit Menschen, die direkt aus der Industrie kommen. Nur so war es uns möglich, die Probleme und Herausforderungen der Branche auch tatsächlich zu verstehen und funktionierende Systeme und Ansätze aufzubauen. Unsere Kunden und wir können uns auf Augenhöhe über fachliche Themen unterhalten. Wenn Unternehmen Lösungen wie beispielsweise Automotive One nutzen möchten, geht das nicht ohne harmonisierte, standardisierte und digitalisierte Prozesse. Deshalb ist es immer ein gedankliches Hindernis, dieses Projekt anzugehen. Wir können nicht nur die Lösung bieten, sondern auch direkt bei der Umsetzung helfen, die Grundlagen zu schaffen. Am Beispiel ThyssenKruppe sehen wir, alleine die Vorbereitung darauf bringt eine enorme Zeitersparnis bei den Projekten. Zeit ist die einzige Ressource, die man mit Geld nicht kaufen kann. Und um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir alle das Maximum auf unseren 24 Stunden herausholen. Erste Bausteine haben die grundlegenden Probleme gelöst und eine solide Grundlage geschaffen. Weiteres kann nun einfach mit zusätzlichen Bausteinen weiter umgesetzt und dazugeholt werden. Sodass Stück für Stück eine ganzheitliche Applikation entsteht. Daher ist die Automotive One modular aufgebaut. Mit Change Management, mit Claim Management und mit Contract Management. Am Beispiel ThyssenKruppe bedeutet das, ein Angebotsprozess, der sowohl einen hohen Standardisierungsgrad aufweist und doch auch die prozessualen Unterschiede der Geschäfte abbildet. So ist es ein Unterschied, ob Sie eine Komponente wie eine Feder verkaufen oder ein Längssystem, das in autonom fahrenden Autos verwendet wird. Standardisierte Stammdaten, die zum einen die Vertriebsplanung vereinfachen, aber auch eine Voraussetzung für den Anschluss zum Beispiel eines PLM-Systems darstellen. Wenn wir über Ihr CRM sprechen, dann ist dieses mehr als MS Dynamics, sondern ein vollumfänglicher, digitaler Arbeitsplatz. Markt- und Wettbewerbsdaten werden analysiert. E-Mails mit Anhängen werden in Workorder-Prozessen über einen Sharepoint-Fachabteilungen zur Verfügung gestellt. Teams-Kanäle werden zur Kommunikation automatisch eröffnet und vieles mehr. Ein weiterer, für den Nutzer unsichtbarer, aber auch essentiell wichtiger Punkt. Unsere Lösungen setzen auf einer hochmodernen Systemarchitektur mit automatisierten Update-Pipelines auf. Das heißt, wir müssen nur sehr wenig Geld für den Support der Lösung aufwenden. Das Geld kann für die Weiterentwicklung Ihres CRMs investiert werden. Orbis ist kein Lösungsanbieter von der Stange. Man arbeitet mit Experten, die ein umfassendes Wissen in der Automobilindustrie mitbringen. Deshalb konnten mit uns gemeinsam große digitale Projekte erfolgreich umgesetzt werden. In der Zukunft sind viele weitere spannende Themen geplant, die wir gemeinsam mit Orbis umsetzen werden. Ich kann aufgrund dieser erfolgreichen Zusammenarbeit jedem Unternehmen empfehlen, einen Partner mit Know-how in der Industrie auszuwählen. Und da war Orbis für uns zweifelsfrei der perfekte Partner.